Kommende Woche wählen die US-AmerikanerInnen in den Zwischenwahlen die Mitglieder des Kongresses neu. Mancherorts können die BürgerInnen in sogenannten Frühwahlzentren schon jetzt wählen. Aber die WahlhelferInnen, die in den lokalen arbeiten, stehen unter Druck. Seit den haltlosen Betrugsvorwürfen Donald Trumps bei der Wahl 2020 kursieren in den Vereinigten Staaten vermehrt Verschwörungstheorien und Fehlinformationen über das Wahlsystem. Es ist auf jeden Fall härter geworden. Das Ausmaß macht es den WahlhelferInnen schwer. Es ist schwierig, seinen Job zu machen, wenn eine Menge Leute dich ständig beobachten und darauf warten, dass du einen Fehler machst. Die falschen Behauptungen werden vor allem online gestreut. Die Wahlmaschinen seien mit dem Internet verbunden und manipulierbar, heißt es dort. Auch die WahlhelferInnen selbst werden beschuldigt, Stimmzettel zu manipulieren. Viele der Falschinformationen, die ich höre, könnten einfach mit einer Google-Suche oder dem Besuch einer Website mit gesicherten Informationen widerlegt werden. Oft spreche ich mit Menschen, die danach vielleicht noch immer nicht glauben, dass es keinen Betrug gab. Aber sie verstehen zumindest, dass es einen Prozess mit Sicherheitsvorkehrungen und Gewaltenteilung gibt. Nach Trumps Niederlage bei der Wahl 2020 wurden lokale Beamte oft zum Ziel von Beschuldigungen und erhielten zum Teil sogar Morddrohungen. Viele WahlhelferInnen wollen den Job deshalb nicht mehr machen. Die Verbliebenen sind überlastet, weil sie sich mehr denn je mit Anfragen zur Sicherheit bei der Wahl beschäftigen müssen. Wir bekommen dieses Jahr sehr viel mehr Anrufe von WählerInnen, die Falschinformationen gehört haben oder Informationen von Menschen bekommen haben, die gar nicht wissen, wie das Wahlsystem funktioniert. Unser Team verbringt deswegen mehr Zeit als normalerweise damit, diesen WählerInnen zu erklären, wie der Prozess funktioniert, wie er dokumentiert wird und wie wir die Wahl sicher gestalten. In einigen Wahllokalen wurden bereits die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Die zuständige Behörde betonte aber, dass bisher keine konkreten Bedrohungen bekannt sind, die die Wahlinfrastruktur gefährden könnten.